Heute zeige ich euch, wie ihr ein richtiger Hacker werdet. Zumindest erstmal Schritt für Schritt. Jetzt sind wir am Anfang und ich zeige euch, wie ihr verschiedene Befehle bei CMD oder wie es auch andere kennen, Eingabeaufforderungen machen könnt. Ich würde mal einfach sagen, let's begin! So, als erstes startet ihr natürlich CMD, oder besser gesagt, die Eingabeaufforderung. Wenn ihr da seid, was mich schon sofort stört, ist, wieso steht hier mein Username? Wieso? Wir wollen ja als Hacker unsichtbar sein. Okay, klar. Was ich jetzt einfach machen könnte, ist, add, echo, mehr Zeichen, off hinschreiben. Denn, das heißt, dass ich unsichtbar bin. Und als Hacker will man ja nicht entdeckt werden und will unsichtbar sein. Klar. So, jetzt sieht man hier vorne nichts mehr. Kein Username, nichts. Würde ich jetzt wieder add, echo, on, mache, zack, wird es wieder gezeigt. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas hinschreibe, zum Beispiel H, zack, steht hier immer noch mein Username. Aber ich will ja unsichtbar sein. Also add, echo, off, nicht on. So, jetzt bin ich hier und bin unsichtbar. Doch, wenn jetzt hier hinten jemand reinkommt, sieht er ja, dass hier immer noch mein Username steht. Und wie man das alles hier, die ganzen Mist hier vorne einfach wegkriegt, ist, wenn man einfach eingeben, C, L, S. Die Abkürzung von Clean. So, dann ist ja der ganze Bildschirm schon mal frei. Doch, was mich wieder stört, ist die Farbe. Kann ich die nicht irgendwie ändern, irgendwie zu einem schöneren Muster oder was auch immer? Ja, klar, kann ich. Indem ich Color A eingebe oder B oder C oder D oder E oder F oder G. Oder ich mache einfach Flash? Denn das kannst du immer nach jedem einzelnen Befehl hinschreiben. Flash? Dann spuckt er dir wie hier eine große Liste aus, wo alles erklärt wird. Das heißt, 0 ist schwarz, 1 ist dunkelblau, 2 ist dunkelgrün und so weiter und so fort. Das zeigt dir die erst mal an. Ein paar Informationen. Also das Fragezeichen steht immer so was, ich weiß nicht jetzt, was ich machen soll und ja, der gibt dir eine Antwort darauf. Das kann man also machen. Dann gebe ich jetzt einfach mal Lila jetzt einfach mal, ne, kurz. Also nehme ich, auf einmal ist alles Lila. Doch, ich will was Schöneres, muss ich jetzt ehrlich sagen. Sieht nicht so schön aus mit dem Muster hier. Und mache mal einfach A. Oh, schon viel besser. Es ist grün. Es ist grün. Jetzt mache ich erstmal Clean. So, wollte ich gerade schon früher machen. Clean, also CLS und alles verschwindet wieder. Aber natürlich, meine Farbe bleibt, die ist gespeichert. Grün. Jetzt, was mich auch noch stört, ist hier oben die Eingabeauforderung. Kann da nicht irgendwas Besseres stehen? Sowas wie Hacker oder mein Name oder was auch immer. Ja, klar. Kann es. Wenn du einfach eingibst Title, also Titel und alles, was du jetzt dahinter eingibst, das wird hier oben auch erscheinen. Das heißt, ich glaube aber, irgendwelche Zeichensetzungen, wie hier, nimmt er nicht an. Ja, zum Beispiel erst nur diese drei. Die anderen nimmt er nicht an, aus welchem Grund auch immer. Deswegen mache ich einfach Buchstaben. In dem Fall zum Beispiel Hacker One. Oder Hacker Two. Ich mache jetzt einfach mal Hacker One, weil ich ja erst mal nur ein Fenster geöffnet habe. Zack. Oben steht es. Jetzt natürlich wieder clean und alles ist sauber. Jetzt habe ich meine Farbe geändert. Habe oben den Titel geändert. Und ja, jetzt will ich mal ein paar Daten. Ein paar Daten vom PC. Ich will jetzt ein paar Daten. Was man jetzt einfach macht, ist, IP kommt von IP Adresse. Aber einfach IP würde auch gehen, aber wir wollen mehr Informationen. Also IP Config. Wenn ich jetzt auf Leertaste drücke, nicht Leertaste, Enter drücke, dann wird hier mir einmal alles ausgespuckt. Auch meine IP Adressen und das will ich jetzt nicht. Deswegen mache ich einfach Slash Fragezeichen. Hier wird wieder, diesmal sehr, sehr, sehr viel, wird wieder ein bisschen was gezeigt, über was für eine Eingabe ihr machen könnt. Da müsst ihr einfach ein bisschen reinschnuppern und alles einfach verstehen. Wenn ihr das macht und das bei jeder Eingabe, die ich jetzt zeige, seid ihr schon mal sehr weit und habt viel im Kopf. Und ja, natürlich, was jetzt nicht so wichtig ist, wenn ihr die ganzen Farben wisst, zum Beispiel A gehört zu Grün, B gehört zu Cyan, C gehört zu Rot oder was auch immer, das müsst ihr nicht wissen. Aber es ist schon wichtig, zum Beispiel zu wissen, was Grün ist und was Rot ist. Das sind so die zwei Hauptfarben. Also A, Color A ist Grün und Color C ist Rot. Aber jetzt mal zurück zum IP Config. Hier sieht man dann alle Sachen, die man nach dem IP Config hinschreiben kann. Das heißt Slash und All zum Beispiel. Das zeigt wirklich alle Daten an. Das ist noch ein bisschen umfangreicher. Oder Release. Das zeigt sogar deine IP Adresse. Das, was ich euch jetzt aber nicht zeigen werde, denn damit kann man mich hacken. Klingt schon komisch, ja, mit der IP Adresse, aber das geht wirklich. Das zeige ich aber erst in den späteren Videos. Dann steht hier natürlich noch Release 6. Das zeigt auch eine IP Adresse, die sechste. Und Renew geht auch. Natürlich erneuern. Tja, natürlich, ne? Dann kann man natürlich noch Passwort ändern und alles Mögliche. Aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal kurz nur hier auf die IP Adresse und wie man die ändert. Also da müsst ihr das einfach eingeben, wie hier. Hier sind ein paar Beispiele. Achtung, Beispiele. Also so wird das dann aussehen. Ihr gebt einfach einen IP Config oder in dem Fall hier IP Config Renew. Und das erneuert halt die Adapter oder besser gesagt die IP Adresse. Genauso wie hier All Com Apartments, zum Beispiel zeigt Informationen zu allen Datendepots. Aber natürlich ist das Umfangreichste einfach IP Config Slash All. Das mache ich jetzt aber nicht. Wie schon gesagt, ich will nicht meine Daten freigeben. Jetzt mache ich mal wieder Clean. Und ja, natürlich kann man auch andere Daten kriegen. Zum Beispiel, wenn man einen gibt, also man kann zum Beispiel den Stammbaum vom Computer herausfinden, indem man einfach Tree macht. Also übersetzt von Englischem Baum. Ja. Wenn man jetzt einfach eine Leertaste macht und wie das Slash Fragezeichen spuckt er die hier, diesmal nicht so viele, nur zwei verschiedene Buchstaben, die ihr dahinter setzen könnt, aus. Und zum Beispiel F zeigt die Namen der Dateien in jedem Ordner an. Das interessiert uns eigentlich schon, aber A verwendet den ASCII statt den erweiterten Zeichensatzes. Das hier interessiert uns jetzt nicht. Das wollen wir auch nicht. Deswegen, ich mache gleich ein Beispiel mit F. Und ja, das zeigt halt die ganzen Namen der Dateien des Ordnens an. Ist aber nichts anderes, als wenn man auch einfach Tree eingibt. So. Hier sieht es jetzt ziemlich schön aus, meiner Meinung nach. Viel besser als die anderen Dokumente oder anderen Sachen, die ihr da machen könnt. Und hier wird erstmal wirklich ein ganzer Stammbaum gezeigt. Zum Beispiel mein Intro, meine Intro-Kopien, also meine Ordners. Das sind meine Ordners. Mein Desktop, was aber auch sehr erschütternd ist, sind zum Beispiel wirklich hier unten, warte, 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 meine Save-It-Picture. Er kann wirklich meine Fotos anschauen. Also der Hacker, ich rede jetzt vom Hacker. Oder meine Musik oder meine Links oder meine Favorites oder sogar meine Dropbox, wo man vielleicht sehr viel speichert, was in dem Fall bei mir jetzt nicht der Fall ist. Oder meine ganzen Downloads. Also das ist schon sehr erschreckend. Und wenn Fotos dabei sind, sind natürlich auch Videos dabei. Ganz klar. So. Um jetzt noch mehr Informationen herauszukriegen vom Rechner, kann man zum Beispiel System-Info eingeben. Ich mache einfach Slash-Frangezeichen, wenn ich nicht weiß, was das ist. Und hier vorne wird es gleich beschrieben. Und zwar mit diesem Programm wird die Betriebssystem-Konfiguration für einen lokalen bzw. einen Remote-Computer inklusive Service-Packs angezeigt. Hier kann man zum Beispiel angeben Slash-S, das zeigt dem System an. Oder Slash-P und danach den Kennwort. Damit kann man ein Kennwort festlegen. Und dann kann man noch FO und dahinter natürlich auch Format hinschreiben. Das bestimmt das Format, in dem die Ausgabe angezeigt werden soll. Und hier stehen nochmal Beispiele. Also am Ende kann es auch schon so lang aussehen. Wenn man hier den Domäne, den Benutzernamen, den Kennwort und 2chable eingibt. Aber auch so welche kleinen Systeme mit zum Beispiel Null-System-Info kommt man auch weit. Also um noch mehr Informationen herauszukriegen, kann man zum Beispiel dir eingeben. Wir wissen nicht wieder, was das ist. Zumindest sagen wir es jetzt mal so. Und machen wieder Slash-Fragezeichen. Hier steht, was es ist. Es listet die Dateien und Unterverzeichnisse eines Verzeichnisses auf. Dann kommt man hier auf diese Seite. Hier steht zum Beispiel Slash-A und das listet die Dateien mit den angehenden Tributen auf. Slash-B, Slash-C. Was aber auch noch sehr interessant ist, ist zum Beispiel, gibt den Besitzer der Datei aus. Mit Slash-Q. Jetzt könnte ich irgendeine Angabe machen, denn hier steht ja drücken Sie eine beliebige Tasse, Punkt von Punkt. Wenn ich jetzt zum Beispiel Q drücke, dann wird das halt angezeigt, also dem Besitzer der Datei. Das will ich jetzt aber erstmal nicht und mache deswegen einfach nur ein Leerzeichen und nochmal Leerzeichen. Und hier steht, Optionen können in der umgewandeln DIR-CFD voreingestellt werden. Und bla 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 bla. Aber das interessiert uns ja nicht. So, das war's erstmal von diesem ersten Tutorial von Hackenlern. Beim nächsten Video zeige ich euch, wie ihr ein Shutdown ausführen könnt. Ihr könnt jetzt einfach schon mal reinschnuppern, indem ihr einfach das Shutdown slash Fragezeichen angebt. Dann kommt eine große Seite, wo natürlich das Shutdown-System beschreiben wird, aber auch verschiedene Befehle beschrieben wird. Aber zu weiteren im nächsten Video. Falls euch das Video gefallen hat, abonniert es, um weitere Videos nicht zu verpassen und lasst ein Like da. Bei Fragen natürlich wie immer. Schreibt sie in die Comments und ich beantworte sie. Ansonsten dann bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.